Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von OfficialVento und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit WireGuard ein Mesh-VPN aufbauen könnt. Das Ganze funktioniert anhand eines coolen Skriptes, was ich gefunden habe und macht die Einrichtung deswegen deutlich leichter. Trotzdem kann es vielleicht ein bisschen komplizierter sein, deswegen wollte ich einfach mal das ein bisschen hier zeigen und ein bisschen erklären, wofür ich das beispielsweise nutze. Das Ganze ist gut dafür, wenn man verschiedene Linux-Rechner übers Internet miteinander reden lassen möchte. in einem separaten Kommunikationstunnel, der verschlüsselt ist. Die Verschlüsselung läuft hier bei WireGuard typisch über Public-Private-Key-Authentifizierung, ähnlich wie ein SSH-Key. Das Tutorial ist eher an die Leute gerichtet, die schon ein bisschen Ahnung haben, wie WireGuard überhaupt funktioniert und was es überhaupt ist. Und ich zeige euch einfach nur ganz kurz, wie ihr ein Mesh damit aufbauen könnt. Das Ganze kann zum Beispiel nützlich sein, ich zeige das mal ganz kurz hier. Wenn ihr verschiedene Server habt in verschiedenen Locations, beispielsweise läuft dieser Server oder diese VM hier bei Hetzner, diese hier läuft bei Netcap, der läuft bei euch zu Hause und hat eben eine IPv4 oder IPv6-Adresse, die statisch ist und wo ihr den Port freigegeben habt. Und der hier läuft zum Beispiel auch bei Hetzner, kann ja zum Beispiel auch sein. Diese ganzen Server haben die folgenden öffentlich erreichbaren IPv4-Adressen, 11111, 333 und so weiter, hier als Beispiel erklärt. Und unser Ziel ist einfach, dass jeder Server miteinander reden kann über dieses verschlüsselte Kommunikationsnetzwerk. Das ist quasi wie, als würde ich, hätte ich vier verschiedene Netzwerke, die ich einfach aneinander packe in einer normalen Firewall oder einem Router. Ich habe jetzt zu Demo-Zwecken mal in der Hetzner-Cloud drei Server angelegt. Zwei fand ich jetzt ein bisschen zu langweilig, deswegen ich habe mal drei Server angelegt hier mit den folgenden IP-Adressen, extra über verschiedene Standorte. Bei Hetzner beispielsweise selbst gibt es schon eine Art Cloud-Netzwerk, das heißt, die können schon miteinander untereinander reden. Ja, aber ich habe jetzt wie gesagt nur als Beispiel, und weil Hetzner die günstigsten waren eben, hier drei Server angelegt und werde die auch gleich wieder löschen. Deswegen, die IPs sind hier nutzlos, wenn ihr die sehen könnt, ist mir das egal. Habe mich angemeldet auf diesen drei Servern und habe WireGuard installiert. Das heißt, ich setze für das Tutorial hier voraus, dass man WireGuard bereit installiert hat. Das könnt ihr hier herausfinden, wie das geht, auf der WireGuard-Seite, wireguard.com unter Installation. Und für die meisten Distributionen gibt es da vorgefertigte Pakete, beispielsweise bei Fedora. Und ich habe hier Debian in den Backports, ist das Ganze drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ihr dafür machen müsst, damit das installierbar ist. Gehen wir mal auf einen der Server. Wir sind jetzt in Helsinki auf dem Node drauf und ihr müsst dafür schauen, dass in der App-Sources.list bei Debian hier die Buster Backports aktiviert sind. Das sind einfach Pakete, die einen neueren Stand haben, aber die allerdings nicht in den Haupt-Repositories drin sind. Und wenn ihr das habt oder eingetragen habt, dass die Buster Backports aktiv sind, könnt ihr Upt-Install WireGuard machen und dann wird WireGuard installiert. Bei Debian gibt es allerdings momentan einen kleinen Bug, den habe ich jetzt schon öfters festgestellt, dass die Linux-Headers nicht automatisch mit runtergeladen werden. Deswegen wird das Kernel-Modul für euren laufenden Kernel nicht gebaut. Und ihr braucht das aber. Ihr könnt das herausfinden, ob ihr den Bug habt, nachdem ihr Upt-Install WireGuard gemacht habt, ob ihr dann über ModProbe das WireGuard Modul laden könnt. Wenn nichts passiert, ist alles gut. Wenn ich mich hier zum Beispiel vertippt habe oder in eurem Fall das hier normal beim richtigen Tippen so erscheinen würde, hättet ihr den Bug. Dann gibt es diese Seite hier, der hat wunderbar erklärt, wie das Problem sich lösen lässt, indem ihr euch einfach euren aktuellen Linux-Headers und die Build Essentials runterladet. Dann wird automatisch das neue DKMS-Modul konfiguriert. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Ich möchte euch heute dieses kleine Tool hier vorstellen, nämlich den WireGuard Mesh Configurator. Dieser erlaubt uns, wie gesagt, die einfache Konfiguration von diesem Beispiel hier. Und das zeige ich euch jetzt mal und nehme euch ein bisschen an die Hand, wie ihr das bauen könnt. Das Tool ist in Python implementiert und wir brauchen dafür ein paar Dependencies, die auf einem der Hosts oder auf eurem Client, könnt ihr das auch machen, installiert werden muss. Und die werde ich mir jetzt einfach mal hier auf einem der Clients installieren. Ich habe mir das mal ganz kurz aufgeschrieben. Wir brauchen nämlich Python, Python pip und libn-curses. Und das installiere ich jetzt einfach mal in Helsinki. Und das Besondere ist ja, dass in diesem Setup keiner der Server, der sozusagen der Master ist. Bei einer normalen WireGuard-Situation ist es so, dass quasi ein Server der Server ist und alles andere sind Clients. Das ist ein bisschen was anderes. Und ich brauche halt eben eine Lösung, wie ich meine Server miteinander untereinander kommunizieren lassen kann, ohne dass einer der Master ist. Weil ich will ja auch kein Routing machen nach draußen. Ich will ja nicht ins Internet damit. Ich möchte einfach nur, dass die untereinander kommunizieren. Und das erledigt dieses Tool. Finde ich super. Hat bei mir super geklappt und ich zeige euch jetzt einfach, wie das geht. So, jetzt können wir das Git-Repository auch klonen. Das heißt, ich kopiere mir den Link und packe das hier rein und sage Git-Clone. Dann lädt er mir das natürlich runter. Und jetzt muss ich noch zwei Sachen machen, zwei Sachen installieren, damit das überhaupt funktioniert. Das sind zwei Stolpersteine. Das habe ich erst selber rausfinden müssen, weil das Ganze hier Python-Gedöns nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Ich bin auch kein großer Python-Fan, aber mein Gott. Und zwar habe ich mir das aufgeschrieben. Müsst ihr noch vorher PIP3 Install Upgrade Setup Tools machen und dann noch Wheel installieren. Wir machen das jetzt mal ganz kurz. Und bei mir sagt er Up-to-date already. Ist ja schon okay. Und dann müssen wir noch Wheel installieren. Und wir sehen hier auch, das ist schon bei mir Up-to-date. Bei euch kann das ein klein bisschen dauern, bis das installiert ist. Wir gehen jetzt aber mal rein. Wir sind jetzt hier in der WG-Mesh-Conf in dem Ordner. Und jetzt müssen wir noch die Requirements für das Tool selbst installieren. Das machen wir mit pip3 install minus r und dann Requirements txt. Und da wird ihr mir jetzt sagen, auch alles habe ich schon und bei euch dauert das wieder ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, bis es gebaut ist. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt sind wir endlich fertig. Jetzt können wir das ganze Tool mal ausführen, was uns dann die Konfiguration für unsere Server generiert, damit die untereinander kommunizieren können. Und zwar führen wir das Ganze aus mit Python 3, dann natürlich das Skript und dann int für Interactive. Und schon sind wir in dem Ryaguard-Mesh-Konfigurator drinnen. Wir legen jetzt mal eine neue Konfig an, deswegen sage ich New. Er würde uns jetzt warnen, wenn wir schon ein Konfig hätten, dass es überschrieben wird, aber das ist uns ja egal. Und dann mache ich jetzt einfach mal mit Add einen neuen Server, füge ich jetzt hinzu. Das heißt, ich generiere mir jetzt quasi hier anhand dieses Schemas mal unsere Server. Ich fange jetzt in Helsinki an, das ist jetzt der Server 1 mit der 10.1.01.16. Ich mache, glaube ich, ein bisschen anderes Netz, ich mache was Kleineres, ein bisschen was. Fangen wir mal an, machen wir mal die 192.168. Dann machen wir die 10.1.24. Immer noch groß genug. Dann kopiere ich mir mal die IPv4-Adresse. Das ist jetzt die Public Address, ja, also die Adresse des Servers, wie er im Internet zu erreichen ist. Kopiere ich mir raus, füge ich ein. Der Port, den setze ich auch 5.1 oder 5.1.820. Das muss natürlich dann entsprechend in der Firewall freigeschaltet werden. Ist ein UDP-Port, ja, also UDP 5.1.8.2.0, weil es der Standard Wireguard-Port eigentlich ist. Den Private Key generiere ich mir und Keep Alive kann ich euch gar nicht genau sagen, was er damit meint. Ob er die Verbindung wahrscheinlich, wenn nichts los ist, Alive, also am Leben hält, kann ich euch gar nicht sagen. Ich drücke auf Weiter. Alias nenne ich mal Helsinki. Und die Description Helsinki V-Server von mir aus. So, jetzt haben wir hier, sehen wir hier, dass es created worden ist mit dem Private Key noch dazu. Wunderbar. Das heißt, ich fange jetzt, mache jetzt das Gleiche für die anderen zwei Server. Beim zweiten zeige ich euch das nochmal. Beim dritten könnt ihr es dann selber. Erstmal gebe ich die Adresse an, wie der Server intern quasi erreichbar sein soll. In dem Fall mache ich jetzt die 20.1 mit Slash24. Es geht übrigens nicht, dass die im selben Netzwerk sind. Das funktioniert technisch nicht. Das heißt, wir geben jetzt ein anderes Netzwerk hier an. Die Public Address, das ist dann hier in Nürnberg. Flupp. Dann der gleiche Port. Und dann der Private Key würde ich generieren lassen. Keep Alive lasse ich auf Nein. Alias Nürnberg. Nürnberg, V-Server bei Hetzner, was auch immer. So, und dann mache ich den nächsten. Dem gebe ich jetzt die 30.1 und die Public Address. Falkenstein ist das, glaube ich. 51820. Private Key wird generiert. Den nenne ich jetzt Falkenstein. Falkenstein bei toller root-server. Keine Ahnung, kann ja irgendwas sein. So, jetzt habe ich die ganzen Sachen generiert. Jetzt schauen wir uns kurz mit Help an, was wir hier machen können noch. Ich möchte einmal, dass die Config jetzt generiert wird. Und die schreibe ich mir dann nach SlashTempConfig. Da wird er jetzt sagen, ist nicht da. Würde ich das createn? Ja. Klick. Und jetzt hat er mir die Configs hingeschrieben an SlashTemp, SlashConfig. Da gehen wir auch gleich rein. Vorher werde ich aber das Profil hier noch speichern. Und zwar mit Pickle Save Profile. Und das speichere ich mir unter root-wireguard-mesh-config. Keine Ahnung. Äh, ja, irgendwie so. Und es ist geschrieben. Jetzt kann ich hier auch raus mit Quit. Wir sind quasi hier fertig. Jetzt gehe ich mal in SlashTemp und schaue mir an, was hier passiert ist. Da gibt es jetzt einen Ordner Config. Da gehe ich jetzt rein. Und schaue mal rein, was passiert ist. Hier haben wir jetzt drei Konfigurationsdateien. Und diese müssen wir jetzt nur noch auf unserem Server verteilen. Ich nehme mir mal ganz kurz den Browser im Hintergrund, damit es ein bisschen aufgeräumter aussieht. Wir sind ja in Helsinki und das sollte ja die 1 sein. Deswegen ist es ganz praktisch. Die kann ich jetzt hier quasi einfach kopieren. Ja. Und dann nenne ich das. Das muss jetzt in etc. Wireguard. Und dann wg0.conf. So. Das heißt, wir haben für den Server schon mal die wg0. Das hier werde ich mir jetzt rauscutten. Und rauskopieren. Ganz altmodisch. Ich könnte das natürlich auch mit scp machen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Der Nürnberger. Das ist auf jeden Fall die 116. Genau. Das kopiere ich mir jetzt also in etc. Wireguard.wg0.conf. Flupp. Speichern. Und dann noch die nächste Konfig. Die 30.1.conf. Das kommt dann hier eben zum anderen nach Falkenstein. Packen wir hier rein. Jetzt kann ich auf allen drei Maschinen ein Kommando ausführen. WgQuick. ab.wg0. Jetzt passieren in der Mitte. Und ein paar Sachen. Routen werden gesetzt. Und das mache ich jetzt mal auf allen Servern. Und jetzt sollten wir eigentlich die Server miteinander kommunizieren lassen können. Ich schaue mal ganz kurz nach. Wie sieht es aus mit unseren IPv4 Adressen. Wir haben jetzt hier die 10.1. Das ist Interface Wg0. Und ich ping jetzt mal einen anderen Server. Mit ein bisschen Glück funktioniert das. Und wir sehen, ich kann den anderen Server erreichen. Die 20.1. Wer war die 20.1? Das hier ist in Nürnberg. Das heißt, ich pinge jetzt von Helsinki nach Nürnberg über das Internet. Ja. Encrypted. Wie funktioniert das Ganze? Wir schauen uns mal die ETC WireGuard noch etwas genauer an. Wir sehen jetzt hier, dass in Helsinki ein Interface definiert wird mit folgendem Private Key. Und wir haben hier die Peers, die zwei, einmal in Falkenstein und in Nürnberg, die eben den Public Key so und so haben. Ja. Und das ist quasi nichts anderes als einfache Public-Private-Key-Authentifizierung. Und das sehen wir hier auch. Ich kann hier mal reingucken. WireGuard Wg0. Dass wir hier einen Private Key haben. Und der dazugehörige Public Key ist eben der hier. Ja. Und so können die miteinander reden. Das Ganze läuft, wie gesagt, über UDP-Port 51820. Ihr könnt den auch, wie gesagt, woanders hinlegen, wie ihr Lust drauf habt. Ich lasse es so. Wie das Ganze mit IPv6 funktioniert, weil WireGuard kann das natürlich auch, das schauen wir uns in einem anderen Video an. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu schnell war, zu unübersichtlich. Ich weiß, es ist ein sehr spezielles Thema, aber mir hat es schon geholfen, weil ich eben damit Folgendes mache. Und zwar Monitoring. Monitoring geht schwer übers Internet. Wenn ich einen kleinen V-Server oder beziehungsweise wenn ich mehrere V-Server habe, was ich tue, also ich habe mehrere V-Server und einen Home-Server habe, möchte ich am liebsten auf diesem Home-Server den Zabbix laufen lassen zum Beispiel. Das ist ein Monitoring-Software. Aber das über das Internet zu machen, ist nicht so einfach möglich. Ich möchte deswegen, dass quasi meine Server sich wie in einem lokalen Netzwerk fühlen und dafür ist VPN beziehungsweise WireGuard eine super Methode, um das zu tun. Und mit diesem Mesh-VPN könnt ihr eure Server, wie gesagt, miteinander reden lassen, wie als wären sie in einem LAN beziehungsweise in einem Netzwerk. Nicht so richtig sind ja verschiedene Netzwerke, aber ihr wisst, was ich meine. Das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, leider kann ich euch noch keinen Referral-Link geben für die Hetzner-Cloud. Sonst hätte ich euch das gegeben, aber mein Account ist noch nicht gut genug dafür. Aber kein Problem. Danke fürs Zuschauen. Euer Marc von OfficialVentor.